Musik Am 20. April ist der nächste Record Store Day und die neue Liste mit den neuen Releases ist veröffentlicht worden. Ich zeige euch diese Liste und gebe ab und zu meinen Senf dazu. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. 2024, am 20. April und ich bin wirklich sehr gespannt. Also wie gesagt, ich habe ein paar Sachen schon, sage ich mal, ein bisschen so geleakt bekommen, ne? Durch halt Kiss und so weiter, die ich halt natürlich verfolge auf Social Media. Und ja, gucken wir einfach mal so ein bisschen rein. Also es gibt halt auch einiges, was ich jetzt hier irgendwie nicht kenne, wie zum Beispiel diese 100 Gags. Aber es ist halt dann ja so in Richtung Pop, da bin ich dann tatsächlich dann eher raus, ne? Ähm, aber natürlich, ey, für mich hier Ace Freely natürlich sehr, sehr geil. Ist halt auch so ein Album, wo ich mir überlegen könnte, das zu holen, ne? Das ist jetzt das neue Album, was rauskommt. Genau, wird als Picture Disc veröffentlicht. Finde ich sehr, sehr geil. Weil, ich meine, Picture Disc sehen halt immer mega cool aus, aber das Problem so ein bisschen ist, dass der Sound halt natürlich nicht der beste ist. Aber kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben. Also das wäre halt zum Beispiel irgendwie so eine Option, wo ich mir denke, so, ah, könnte man auf jeden Fall kaufen. Was haben wir hier noch? The Alan Parsons Project, ne? Habe ich auch tatsächlich eine Vinyl mal gehabt, äh, von früher. Wir bringen das jetzt hier Early Demos, Rough Mixes, sechs Unreleased Tracks auf orange, auf orangener Vinyl. Also schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und, ähm, ja, Amorphis, Amorphis, so die erste richtige Metal Band, die wir jetzt in der Liste haben. Ähm, Mike Cantel, Custom Galaxy Merch Vinyl, wird bestimmt richtig geil aussehen, weil ich bin großer Fan von diesen Merch Vinyl, muss ich sagen. Und, äh, ja, ne, ihr seht hier, 97er Jahrgang zum ersten Mal als separate Vinyl-EP erhältlich und 2400 Exemplare weltweit. Das ist schon ganz geil. Also Amorphis finde ich eigentlich schon ganz cool. Finde ich schon cool. Also Amorphis, äh, kann man, kann man sich sehr gut anhören, finde ich. Apokalyptiker haben wir auch nochmal. Das ist halt so eine Band, die höre ich jetzt nicht wirklich, ne? Ich finde es halt trotzdem nur ganz cool, was die halt machen. Und das wird halt scheinbar eine Double LP sein. Auf lila. Worlds Collide, alright. Ansonsten, S-December Falls, sagen wir halt vom Namen etwas genauso wie Ash Niko, ähm, aber jetzt nie wirklich gehört. At the Gates, geiles Album, sehr, sehr geiles Album. Das kann man auch wirklich empfehlen. Rot-Schwarze Splatter Vinyl von dem 1995er Album Slaughter of the Soul. Pressed from the Original Master Tapes. Es ist halt irgendwie, ah, ist auch so geil, weil irgendwie so dieser, da bleibt glaube ich trotzdem noch so ein bisschen so dieser alte Sound irgendwie. Und, äh, da bin ich sehr gespannt, wie es aussieht. Es sieht halt für mich halt auf dem kleinen Bild, das kann man leider irgendwie nicht größer machen. Das finde ich halt schade. Ähm, sieht das so ein bisschen aus, als würde das halt noch irgendwie so ein Obie-Strip haben. Das finde ich ganz interessant. Barclay James Harvest, habe ich hier auch so viele Platten stehen zu Hause. Ähm, was haben wir hier noch? Gut, vieles, was ich jetzt persönlich nicht kenne, aber gut, ich bin halt auch nicht so heimisch im Soul oder im Jazz. Natürlich, ne, da bin ich dann leider raus. Paranoid von Black Sabbath, auch sehr, sehr geil. Ähm, kommt auch nochmal als rot und schwarze Black, also rote und schwarze Splatter Vinyl. Contains several of the band's signature songs. Genau, Iron Man, Warpigs und natürlich Paranoid selber. Schönes Album, sehr, sehr schönes Album und wirklich wärmstens zu empfehlen. Genau, Blockparty, gut, ist jetzt nicht so. Oh, aber Bluespilz. Bluespilz habe ich damals live gesehen vor, ich glaube es war vor Orchid und vor Scorpion Child und die fand ich mega cool. Also wenn ihr wirklich so auf so Bluesrock steht, ist das halt wirklich eine Band für euch. Definitiv. Pink, Red, Marbled, Vinyl, sehr, sehr cool. Wir haben es uns zu empfehlen, wie gesagt, Bluespilz, ne, Bluesrock mit Frauengesang, sehr, sehr coole Band. Und das, da wurde ich nämlich gespoilert, die werde ich mir vermutlich halt auch bestellen und zwar eine neue EP von Buddy Snatcher. Es kommt eine neue EP von Buddy Snatcher und da bin ich wirklich sehr gespannt. Buddy Snatcher finde ich halt auch mega geil, ne, auch länger Kontakt schon mit Kyle, also mit dem Sänger, die haben ja glaube ich drei Kyles in der Band. Und, ähm, ja, ey, darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich, eine wirklich ganz neue EP, selbst die Band hat noch nix dazu gepostet. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auf die Songs gespannt. Da bin ich auf jeden Fall sofort gespannt und wäre auch für mich wahrscheinlich ein Insta-Buy. Das ist nämlich das Gute, ich habe nämlich hier ein Plattenlabel oder halt so ein Plattenladen meines Vertrauens. Und die haben halt gesagt, so, wenn man rechtzeitig da halt vorbestellt, kriegt man die halt, ähm, genau, schicken die die halt zu dem Laden und dann kann man die sich natürlich direkt abholen, wenn die ankommt. Und deswegen, also, ich denke mal wirklich, Buddy Snatcher ist so die erste Vinyl, die ich definitiv direkt hole. So bei den anderen muss ich halt so ein bisschen gucken, so mit Ace Frehley zum Beispiel. Oder, ähm, ja, gut, Bluespills. Ja, müsste ich einfach mal überlegen. Und das habe ich hier gesehen. Eric Carr, ne, ehemaliger Drummer von Kiss. Leider auch schon verstorben. Die haben ja, war das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war das. Da haben die ja die Rockology auf Vinyl und auf CD veröffentlicht. CD war, glaube ich, auf 1500 Stück limitiert. Die Vinyl auf 5000. Und, ähm, ja, die bringen jetzt Unfinished Business. Das ist ja das andere Album, sage ich mal, von, von ihm. Und das bringt die dann auf Vinyl. Leider hier ohne Info. Aber, genau, das wäre wahrscheinlich schon, schon bei. Also, mein Vater hat auch schon gesagt, also, mein Papa hat gesagt, auf jeden Fall holt er sich die CD, weil er ist halt CD-Sammler. Ich bin halt eher so der CD- und Vinyl-Sammler. Und er ist natürlich großer Kiss-Fan. Deswegen, ähm, wird sich die definitiv geholt. Und, äh, 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 ansonsten Cheech & Chonk, okay, sehr geil. Ansonsten, was haben wir hier noch? The Cranberries, The Cure, auch coole Band. Auch, auch für Leute, die irgendwie Dance oder so feiern, ne? Daft Punk ist am Start. Sehr viel halt auch so dieses, ja, halt sehr viel Rock, muss ich sagen, ne? Gut, jetzt hier auf wir gerade, jetzt nicht, ne? Aber, ähm, trotzdem sehr viel Rock oder halt auch Bands, die man halt wirklich kennt. Dead by Sunrise, gut, ist jetzt kein Rock, aber die Band sagt mir auch tatsächlich was. Das, ähm, sagt mir irgendwas. Aber Dead All Alive, sehr, sehr geil. Erstmal, äh, you spin me right round, baby, right round. Geiler Song. Die bringen auch eine WLP. Die, uh, der Flappert, Live at Lead Mill. Colored Double LP, Silber. Auch nämlich coole Band. Hab ich auch live gesehen. Gefällt mir sehr gut. Gut hier als CD und Vinyl, The Doors. Dr. Alban. Auf einer Ten Inch. Sehr, sehr cool. So, ansonsten, was haben wir hier noch? Ah, Sophie Alice Baxter, da hat letztens jemand über die geschrieben, also mit mir geschrieben. Ich kannte die nicht vom Namen, aber von ihren Songs. Und, ähm, ja, aber ist halt jetzt für mich kein Paar, ey. Enslaved, da haben wir nochmal ein bisschen Metal. Ah, und hier auch nochmal Erika. Genau, Unfinish Business. Blue und Pink Vinyl. Genau, das ist dann wahrscheinlich genau wie dann Double LP, so wie die Rockology. Die war ja dann auch zwei verschiedene, ähm, Farben. Die eine war, glaube ich, Orange, Schwarzblätter. Und die andere war, glaube ich, Weiß, Schwarzblätter. Irgendwie so. Aber auch wirklich schön, schön veröffentlicht, muss ich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe dann, dass die genauso gut veröffentlicht wird. Vor allem, man sieht hier, da kommen ja auch noch ein Poster dazu. Das, ähm, finde ich sehr, sehr cool. War nämlich bei der Rockology auch so, dass es halt ein Poster von Erika dazu gab. Ansonsten Filter kennt man, ne? Die Band höre ich zwar jetzt persönlich nicht, aber eine Very Best Of von 1995 bis 2008. Fleetwood Mac. Haben wir auch. Forgot, ne? Der erste Song auf Guitar Hero 3. Deswegen kenne ich auch tatsächlich diese Band mit Slow Ride. Ansonsten, was haben wir hier noch? So ein bisschen mehr in Richtung Rock oder sogar Metal. Gut, Garbage kennt man auch. Kommt auch noch mal etwas hinzu. Golden Earring. Golden Earring, Double LP. Auch eigentlich eine der ältesten Bands, die noch aktiv sind. Und sehr cool. Also ich finde generell diesen ganzen Record Store Day einfach sehr, sehr geil. Irgendwie immer so diese sehr speziellen Veröffentlichungen. Das ist halt für den Sammler halt direkt perfekt, ne? Und wenn dann halt was kommt von der eigenen Band, die man halt sehr gerne hört oder so sogar Lieblingsband, ist das natürlich echt direkt top. Also ich hoffe halt wirklich irgendwann mal auf was von Lorna Shaw, Suicide Silence oder auch gerne auch nochmal irgendwie Iron Maiden, ne? Ich hätte echt gerne nochmal eine Record Store Day Platte von Maiden. George Harrison, ne? Also Beetle. Jetzt haben wir Hawkwind, ne? Die Band, wo ja Let Me Kill Mr. aktiv war. Hacy Dixie habe ich tatsächlich bei uns in Aachen auf dem Markt gesehen. Die, ja, die spielen halt irgendwie so dieses, wie sagt man, Hillybilly oder so? Mit teilweise halt auch Rockcovern. Mega, mega coole Band. Ansonsten Horse the Band. Uh, Horse the Band auch. Never Before Released on Vinyl. Oh, das ist interessant für mich. Auch Double LP. Oh, stark. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Aber man sieht halt vor allem auch ganz viel, wenn es so in Richtung Metalcore oder halt so, ne? So dieses, so Core-mäßig geht. Dann ist es halt meistens M&RK. Ne? Buddy Snatcher sind ja auch da drinnen, darüber. Und, ähm, ich glaube Impending Doom habe ich, genau, Impending Doom sind da auch. Könnten auch gerne eine Vinyl wieder veröffentlichen. Ansonsten Iggy and the Stooges. Was kennt man hier denn noch so, oder was man gerne hört? Elton John, natürlich lebende Legende. Killing Joke, Kim Wilde. Sonst sehr viel, ja, jetzt so Bands, die ich halt nicht kenne. Also mir sagen Lady Tron zum Beispiel nichts. Oder Yusuf Latif oder Lattev. John Lennon, der nächste Beatle. Lil Peep sogar, oh, okay. Also, auf einer Seven-Inch-Vinyl. Wie ist das eigentlich? Also, ne, so für die Leute, die halt jetzt so Rap hören, ne? Ähm, kauft ihr euch auch Vinyl? Oder, oder seid, ist man da eher irgendwie dann auf CDs fixiert? Oder ist man dann doch eher so Richtung Streaming? Lil Uzi Vert ist ja auch, ne, so, ja, Pop. Ich würde halt auch eigentlich eher Rap sagen, oder? Lil Richard, ne, richtig geiler Rock'n'Roll, muss ich sagen. Uh! Silver Vinyl Lordi, bend over and pray the Lord. Uh, das, das ist für mich auch interessant. Das ist für mich tatsächlich interessant hier. Geil. Lulu kommt, aber das ist ja... Das ist jetzt... Ich will nicht so viel Geld ausgeben, wisst ihr das? Vinyl sind da eher in der Oldschool-Richtung relevant. Ja, vermutlich, ne? Aber finde ich halt trotzdem irgendwie sehr cool, dass halt trotzdem irgendwie jedes Genre halt irgendwie Vinyl-Releases haben, ne? So, finde ich halt... Finde ich halt einfach sehr schön. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Aber wirklich jetzt Lordi, das finde ich auch wirklich sehr cool. Michael Schenker Group, ne, oder Michael Schenker Group, ne, hier der, ähm, Bruder von Rudolf Schenker von Scorpions. Bringt auch eine Double LP, aber wirklich sehr wenige Infos irgendwie, ne, am Start. Monty Python sogar. Oh, oh, das ist auch schön, ja. Motley Crue. Supersonic and Demonic Relics. First ever official Vinyl-Release. Picture Disc, originally released in 1999. Okay, das müsste dann, glaube ich, auch ein Album mit John Korabi als Sänger sein. Da habe ich tatsächlich Motley... Also, die Motley Crue höre ich tatsächlich sehr wenig, muss ich sagen. Ich höre halt wirklich eher so die mit Vince Neil und halt einfach so wirklich die alten Sachen, ne. So, ähm, Theater of Pain und so weiter. Mutterhead, sehr geil. Auch Double LP. Das ist 84er Compilation. No Remorse. Ach, okay, das habe ich auf CD tatsächlich. Double Silver Beine. Okay. Ja, also ich finde so viele gute Sachen bislang und die Liste ist ja noch lang, ne. Da kommen halt echt noch einige Sachen. Aber auf jeden Fall sehr viele gute Bands und auch wirklich sehr schön viel Rock und Metal. Oh, oh. Das ist für mich tatsächlich eins der besten Alben von der Offspring, ne. Ich bin großer Fan von der Splinter und die bringen die als Die-Cut-Picture-Disc raus. Ich glaube, ich fange an zu sparen. Ich glaube, ich fange wirklich jetzt an zu sparen, weil wirklich, ne, The Offspring Splinter ist wirklich so ein gutes Album. Höre ich wirklich sehr gerne und sehr oft. Paramore bringt zwei Alben raus. This is why. Okay, ohne Info. Und hier auch nochmal. Ach so, es sind dann zwei verschiedene Releases oder so? Ah, einmal als Single LP und einmal als Double LP. Okay, also vielleicht dann irgendwie mit Bonus-Tracks oder irgendwelchen unreleased Demos. Pearl Jam haben wir. Elvis Presley für die ganzen Rock'n'Roll-Fans. Public Enemy für die ganzen Rap-Fans oder Hip-Hop. Queen bringen eine 7-Inch raus. In ein Amazon-Advert. Cool Cat Track Featured. Ach so, okay. Also dann ist es schon mal ein Song. Do it to the... Ah, okay. Also bei einer Werbung von Amazon ist Cool Cat von Queen bekannt geworden. Aber ich kenne den Song tatsächlich nicht. Da bin ich leider echt raus. Ramones. Sehr geil. Aber würde ich jetzt nicht als Pop bezeichnen, bin ich ehrlich. Auch schade, dass halt wirklich keiner mehr von den Ramones lebt. Da ist es schon echt sehr traurig. The Rolling Stones natürlich dürfen nicht fehlen. Sex Pistols. Noch so einen richtigen Banger würde ich... Ich würde mich noch auf so einen richtigen Banger freuen. Ringo Starr. Okay, also noch ein Beetle. Also tatsächlich bis auf... Doch, George Harrison war auch, ne? Bis auf Paul McCartney ist... Hat jetzt jeder Beetle nochmal irgendwie... Mindestens eine Record-Store-Day-Veröffentlichung. Okay, okay. T-Rex. Auch schöner Glamrock. sehr zu empfehlen. Thin Lizzy. Auch wieder Live-Album, ne? Sehr schön. U2. UFO. Auch wirklich sehr, sehr schöne Band. Duck the Duck, der einfach... Bester Song von denen muss man einfach sagen. Und sehr viele... Compilations dann hier scheinbar. Ja, sehr viel Jazz. Italo-Disco jetzt hier. The Weekend für die R'n'B-Pop-Fans. The Who. Also es sind wirklich sehr, sehr viele coole Sachen dabei. Yes, zum Beispiel Cat Stevens und Frank Zappa. Ja, ey, aber ich muss wirklich sagen, eine wirklich große Auswahl an verschiedenen Weinen, an verschiedenen Genre. Und für mich persönlich auch echt einige gute Sachen dabei, wo ich mir wirklich denke, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, mir zu holen. Und ja, also so, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt alles holen wollen würde, dass ich halt wirklich sage, sehr, sehr geil, wäre vermutlich Ace Frehley. Dann natürlich die zwei Veröffentlichungen von Eric Carr. Die Lordi-Platte wirkt ganz cool. Buddy Snatcher. Horse the Band. Und The Offspring. Und At The Gates. At The Gates habe ich auch noch vergessen. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch so holen würdet, was euch da interessiert, ob es überhaupt was gibt, was euch interessiert und wie für euch dann der Record Store Day aussehen würde. Wir kommen. .